Oh, der nächste Boss war's? Hm, was ist das? Ich weiß es nicht. Ich glaub, er ist ein wenig weg da. Oh, okay. Für den Boss geht er ja doch nicht... Die letzte Boss war er doch nicht zu schnell. Hm. Und er starb. Ups. Magma-Mantos-Versteck. Äh. So, da gibt's auch ne Quitzt. Das ist ein gefährlicher Ort. Vor Handschuhe. Oh, nette Handschuhe. Ich hab noch nicht raufgeguckt. Ich hab noch nicht raufgeguckt. Ah, Ifritz. Ey, lass machen wir den Char jetzt. Ein Dämonen-Rubin. Ach so, die kann man jetzt von jedem einsammeln. Aber braucht nur einen, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ja. Soll ich zwei engelassen oder so? Siehst du das? Siehst du da vorne das Feuer? Ja. Ich hab Angst. Ach du Scheiße. Sowas. Und durch. Wie gesagt, es hat mich schon mal gegrillt, weil ich nie was getastet habe. Scheiße. Und ich hab hier schon es ne. Oh, Elie hat mir klar Angst, ob das passiert. Angst? Ja, der und treibe ist irgendwie hier immer zurück. Ohne schlecht. Ohne hier. Mein Schaue da ist Ja, ich gucke jetzt hier für meine Flachigkeit Ja, ich gucke jetzt hier für meine Flachigkeit Ja, ich gucke jetzt mal So, schön Keiner am Buchstaben hier dabei Schau mal an der Flamme Ich glaube, das war ein Boss Das ist ein Boss Wer ist da? Wer will mir hier den Spaß verdirmen? Den Spaß verdirmen? Will mir den Spaß verdirmen? Das tut mir eigentlich gar nicht Wir würden mit dem selben Spaß Das ist ja durch den Zauber einmal was Ja Das reicht, wie ich unterbreche Wir haben es zu spät gesehen Das ist jetzt eine schlechte Sache, oder? Ein schlechter Moment Ach so, mit dem Kick Wack, wack, anzus Nein Ich glaube, es hat unterbrochen Ich auch Ich hab da hier diesen einen Kick Den ich, glaube ich, machen kann Zum Unterbrechen Ich kann gerade den einer so weit befinden, Teil Hört schon als er da unten Habe ich gemacht Und der starb Oh Berserker Beschützer Na toll Und Halskette ist getreu in ironier Zeugs Nee Oh, leck, leck, leck Okay, alles wäre gut Mega Mega Nee Der wachster Feuerriese Ach so Cool Jut, jut, jut Vorne müssen wir gleich unsere Kiste abgeben Oh, was ist das denn? Die sehen ja lustig aus Ja Aber wir räumen gut auf Kann man nicht anders sagen Wir kommen auch relativ gut voran, dann sind wir da. Ja, das ist gut. Au, au, au. Oh, ich hab schon... Was ist denn da drin? Nein, hat sich mal geheilt. Was, ich hab da irgendein... Schon wieder. Ich hab einen Flächenangriff gemacht. Äh, ja, ich glaub, ich bin mir ziemlich nah daran. Du bist da. Ja, ich krieg hier gerade... Okay, ich muss mich mal kurz hier rausziehen. Oh, warum wird mir nur angezeigt, du hättest Agro? Das verstehe ich auch grad nicht. Okay. Wer weiß? Ich kann mich bei den gar nicht mehr ran. Der flugt der Agro auf mir. Ha. Platsch. Ah, so. So. so ein e wieder wie einfach müssen wir nicht die quest abgeben ja aber die alle weiteren ja weil die vielleicht die quest naja die eine hat ja eigentlich so gut ist ja nicht meins und schuhe noch mal zwei ja und einen schönen bogen ohne waffe ja dafür ist immer gut so schnell mal nur in handschuhe anziehen das so geht nicht weil ich im kampf bin papa ja es ist was bei und ich kann so waren die neunzige punkte fälle ich muss wieder ab ja herzlichen glückwunsch so neue handschuhe sind auch angelegt ohne ich sollte aufpassen hat hier gerade glaube ich feuer gesehen ja hier ist auch wirklich feuer und durch und irgendwas ist verreckt ich kann ja auch nicht überleben nein der hat auch bei gelassen der ist jetzt am anfang der gut der darf jetzt erst mal hierher laufen wir sind ja gleich da in der mitte ist ja schon der boss war aber wir haben dann noch eine quest offensichtlich gerade die wir wahrscheinlich da nicht machen können das wird alles weiter ich weiß es nicht mehr ich glaube wir müssen erst mal hier weil wir sonst nicht weiterkommen hinter den questgeber okay ja dann sitzen das die 14 das die waffe nein gott sei dank es war die 15 oder ja die waffe ist das wichtigste wenn wir die haben und Das war's. und sie starb schön dass man die feuer sich eine miese sache hier ja ja sind wir sowieso wir sind nur noch ne wir sind vier ich dachte wir wären nur noch drei nein 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 dann ist jetzt eigentlich der chef stehen ja da ist er das sind der familienbande was machst du in meiner Höhle dass wir diese Viecher da erstmal umbringen die Flammenfragmente du gehst an den Decken ok ich hab so Fragmente platt gemacht ich find das so sinnlos ganz ehrlich der eine der war noch nicht mal da ja außer Reichweite wie denn das ist ja überall ja so ein bisschen Anarchy kann das sein naja wir müssen uns das auch glaube ich ne Wagi vor schnell oh oh ahhh Na ja noch ein Reichweite nein scheiße ist gestorben ja kann ich dich hier annehmen kann ich nicht Ich werde jetzt auch so lange hier sehen, dass ihr den Tod habt. Ich weiß, dass wir betreten, dass können wir betreten werden. Ja, ihr müsst eigentlich jetzt mal die Elementare wegfahren. Soll ich das machen? Wow. Angriff wird durch Feuermacht mit jedem Stapel erhebt, ja. Ich habe eins weggehauen. Das hat echt dämlich erwähnt, wenn du tot bist. Au. Scheiße, Scheiße. Kein und kann ich nicht mehr. Sehr gut. Ich werde mal kurz sehen. Wow, ich habe es geschafft. Ich lebe noch. Ich lebe noch. So, dann lootet mal. Äh, nichts für mich, nichts für mich, nichts für mich, nur die Ohrringe vielleicht. Ne, auch nichts für mich. Ja. Anklicken, einfach mal alle und dann wird sowieso rumgewürfelt. Ach, cool. Ey, cool, der eine konnte mich wieder benehmen. So, ich habe mal alles reingehauen, ja. Okay. Ich brauche ja nichts davon. Ich muss meine Quits abgeben, schön brav. Ich weiß, was es heißt. Wir dürfen jetzt nochmal den komischen Weg da lang, bei dem Feuer. Ja. Ja, was wird mir hier noch angezeigt? Diamantenlegende, was? Achso, den kann ich hier abgeben. Jaja, den musst du looten. Kann ich helfen? Oh, die Waffe. Ja, Crit und Durchschlagskraft wird erhöht. Neh mal mit. Und Level 39 erreicht. Ja. Nur der Talentpunkt. Gratulation. Äh, nein. So. Da habe ich ja gesagt, heute wollte ich ja das eine Ding mitnehmen, was uns alle buffen haben. Meditieren. Hüterin, Kriegerin, Weitläufer in Gruppe. Ja. 45 Metern. So, schmeißen wir mal raus. Cool. Jetzt dürfen wir nochmal zurückwandern. Ja. Hast du auch schon eine neue Waffe angelegt? Ich wollte sie gerade mit einer Runde versehen. Wow. Weißt du was? Was? Sie hat sich äußerlich nicht mal mit der Farbe geändert. Schön. Ja, ich muss das auch noch alles sockeln und so. Ja, sockeln sowieso. Ja, sockeln sowieso. Oh, da müssen wir sowieso mal schauen, weil wir sind ja dann eigentlich schon durch. Auch mit der Aufnahme. Ähm, ja. Aber wir sollten doch vielleicht nochmal den Dicken da kurz mitnehmen, den wir da fangen müssen. Äh. Ja. Zwei neue Items. Nicht mal schlechte. Oh, was müsste er da besiegen? Ja. Okay, das sind aber keine schweren hier, ne? Ja. Das ist äh, Fischmog. Nicht mal. Das ist äh, Fischmog. Nicht mal. Ja. Haben wir alle down? Ja. Soll ich dreimal den goldenen Federhalter oder so sein gesammelt? Aber hier sind noch andere Sachen drin, die ich gern haben würde. Okay. Noch ein S. Wie sieht denn der Stand der Dinger aus? 7 Es, 4 Os, 5 Es. Was? Ne, wo wir dürfen wieder zum Mitteler als Schild? Nö. Doch, oder? Nö. Jetzt ist ja. Äh? Komisch. Okay, dann können wir raus, wa? Ich wär jetzt alles wirklich alle... Ich glaube ja. Ich kann nichts mehr erkennen auf der Karte. Ne, ist nichts mehr abgebildet. Gut, dann. Raus. Raus. Sind wir dann erstmal wieder aus der Gruppe raus? Äh. Ich hoffe mal nicht. Werden wir ja gleich sehen. Oh, diese Helligkeit. Im Ladebildschirm. Brennt in den Augen. Ja. Und ich werd sofort angegriffen. Ne, wir sind noch drin in der Gruppe. Und der Shop ploppt gleich auch noch. Hm. Ich werd erstmal so ein dicker angegriffen. Das wir den eigentlich umbringen und dann gefangen nehmen oder erst das da zu ausschmeißen? Äh. Ich glaub. Bevor er stirbt mit dem Netz. Fängt besiegte Ziele ein. Okay. Na dann hauen wir den mal um. Ja. Das muss jeder aus der Reichweite. Fertig. Wie ist denn eine Kiste? Was? Du brauchst das auch noch alles, wa? eine empfehlungsschreiber ich bekomme jetzt von den dicken oder was okay also und er starb oder seine empfehlungsschreiben auffallen müssen ja die hat er soll dann hart responde wird doch noch mal besiegen auch kommt mit mir die kiste ja ich wollte die kiste noch wenn sie denn irgendwann mal vor langsam Töten das wäre Krivilerei so Kiste Kiste ja super und dann mal zurück zum Dorf richtig müssen wir überhaupt noch zurück ja ok du hast den Durchblick die Questgeber sind ganz woanders da wo wir es eingenommen haben das stimmt da hinten ist ja noch ein anderes drauf, das hat mich jetzt gerade verwirrt dann gehen wir mal die Quest ab und dann müssen wir die Aufnahme auch schon beenden kann ich dir helfen ok liebe Freunde achso hier ist noch ein neuer Quest kann ich dir helfen ja ja so oh Gott was ist denn hier los es will plötzlich jeder was von uns Gruppenquest cool ok Freunde das war es mal wieder für heute mit der guten Diana ja ich bedanke mich wie immer fürs Mitnehmen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder spätestens im Blade of Soul richtig was wir morgen früh aufnehmen werden mhm bin gespannt und hoffentlich diesmal ohne Panne ne äh ja ansonsten wird es wieder Dianas Monolog Teil 4 na gut dann bis zum nächsten Mal bye bye ciao